Erste Nachher See Goes Hollywood Wollt du Popcorn aus dem Handschuhfach und macht ihr schon bequem? Am Cinesuhrer Drive-In Cinema Autokino mit den ungezuttesten Filmen Avengers Endgame Rocketman Godzilla 2 und Aladdin Drive-In Cinema mit dem eigenen Radio der gräste Leinwand aus der Große Region und die passende Snacks für einen guten Film-Ovent Von Dose-Mittwoch bis den Samsten von halb acht Uhr um Erste Nachher See Ticken auf Sinesuhrer.alu